Das hier ist eines der Dinge, die uns am meisten am Herzen liegen. Die Erhaltung unserer Natur. Durch gezielte und bewusste Auswahl unserer Materialien schonen wir die Umwelt. Wir gewährleisten so eine gefahrlose Wiederverwertung unserer Produkte. Genauso wichtig wie die Gesundheit unserer Umwelt ist uns natürlich auch die unserer Mitarbeiter. Diese wiederum ist ganz besonders abhängig von einer ausgeglichenen Freizeit. Und daher sind wir stets bemüht, unseren Mitarbeitern alle Möglichkeiten zu geben, ihr Privatleben von der Arbeit unbeeinflusst zu lassen. Die positiven Einflüsse ihres Alltags können wir für uns nutzen. Wenn wer entspannter zur Arbeit kommt, kann man zuverlässiger arbeiten. Das ermöglicht uns, unseren hohen Qualitätsstandard zu halten. Jedes Teil, das unserer Hallen verlässt, muss hundertprozentig intakt sein. Und ohne erwähnenswerte Toleranz den Vorgaben entsprechen, die wir und unsere Kunden an uns setzen. Das ist Zuverlässigkeit und Perfektion. Genauso streng suchen wir unsere Zulieferer aus. Bevorzugt lokale Firmen, die in der Lage sind, ständig fehlerfreies Material zu liefern. All diese Dinge sind kleine Schritte auf dem Weg zu unserem Ziel. Ihnen einen Service bieten zu können, bei dem Sie sich um nichts Gedanken machen müssen. Faber bietet das entscheidende Etwas. Unser Verwöhner Roma. Wir machen das schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020